Think and Grow Rich von Napoleon Hill ist ein Klassiker der Motivations- und Selbsthilfe-Literatur. In dem Buch geht es darum, wie man seinen persönlichen Erfolg durch positive Gedanken, Ziele und Handlungen steigern kann. Hill beschreibt dabei 13 Schritte, die jeder Mensch gehen muss, um erfolgreich zu werden. Der erste Schritt ist die Einstellung, dass man erfolgreich sein kann. Hill betont, dass es wichtig ist, an sich selbst und seine Fähigkeiten zu glauben und sich von negativen Gedanken und Zweifeln zu befreien. Der zweite Schritt ist die Klarheit über das, was man erreichen möchte. Hill betont, dass man klar definierte Ziele braucht, um erfolgreich zu werden. Diese Ziele sollten konkret, messbar und realistisch sein. Der dritte Schritt ist die Entscheidung, dass man seine Ziele erreichen wird. Hill betont, dass man fest entschlossen sein muss, um erfolgreich zu werden. Man muss bereit sein, hart zu arbeiten und Hindernisse zu überwinden. Der vierte Schritt ist die Entwicklung eines Plans. Hill betont, dass man einen konkreten Plan braucht, um seine Ziele zu erreichen. Dieser Plan sollte realistisch und umsetzbar sein. Der fünfte Schritt ist die Bildung von Allianzen. Hill betont, dass man sich Hilfe von anderen Menschen holen sollte, um erfolgreich zu werden. Dies kann in Form von Mentoren, Coaches oder Gleichgesinnten geschehen. Der sechste Schritt ist die Energie, die man in die Verwirklichung seiner Ziele steckt. Hill betont, dass man hart arbeiten und sich voll und ganz auf seine Ziele konzentrieren muss, um erfolgreich zu werden. Der siebte Schritt ist die Fähigkeit, mit Misserfolgen umzugehen. Hill betont, dass man lernen muss, von Misserfolgen zu lernen und sie als Chance zu sehen, sich zu verbessern. Der achte Schritt ist die positive Einstellung. Hill betont, dass man immer positiv denken sollte, um erfolgreich zu werden. Man sollte sich immer vor Augen halten, dass man seine Ziele erreichen kann. Der neunte Schritt ist die Fähigkeit, andere zu überzeugen. Hill betont, dass man andere Menschen von seinen Ideen und Zielen überzeugen muss, um erfolgreich zu werden. Dies kann man durch Kommunikationsfähigkeiten und Selbstvertrauen erreichen. Der zehnte Schritt ist die Fähigkeit, andere zu motivieren. Hill betont, dass man andere Menschen dazu bringen muss, an seinen Ideen und Zielen teilzuhaben, um erfolgreich zu werden. Dies kann man durch Führungsqualitäten und Begeisterung erreichen. Der elfte Schritt ist die Fähigkeit, sich immer weiter zu entwickeln. Hill betont, dass man sich ständig weiterbilden und verbessern muss, um erfolgreich zu bleiben. Der zwölfte Schritt ist die Geduld. Hill betont, dass man Geduld haben muss, um erfolgreich zu werden, da Erfolg nicht von heute auf morgen kommt. Man muss bereit sein, hart zu arbeiten und Geduld zu haben, um seine Ziele zu erreichen. Der dreizehnte und letzte Schritt ist die Dankbarkeit. Hill betont, dass man immer dankbar sein sollte für das, was man hat und was man erreicht hat. Dies hilft dabei, positive Gedanken und Einstellungen zu behalten und weiterzumachen, wenn es schwierig wird. Insgesamt ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill ein wichtiges Buch für jeden, der erfolgreich sein möchte. Es bietet praktische Tipps und Anleitungen, wie man seine Ziele erreichen kann und gibt den Lesern die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um erfolgreich zu werden. Napoleon Hill war ein US-amerikanischer Autor, der vor allem durch sein Buch Think and Grow Rich bekannt wurde. Er wurde am 26. Oktober 1883 in Pound, Virginia geboren und studierte Jura und Journalismus. Hill war ein bekannter Autor und Redner, der sich mit Themen wie Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung und Motivation beschäftigte. Er arbeitete auch als Berater für viele erfolgreiche Unternehmer und Politiker, darunter Andrew Carnegie und Franklin D. Roosevelt. Hill verstarb im Alter von 87 Jahren am 8. November 1970 in South Carolina. Von mir bekommt das Buch eine Leseempfehlung. Dem Buch gebe ich 9 von 10 Sternen. Den Link zum Buch findest du unten in den Beschreibungen. Gefällt dir das Buch auch? Dann abonniere doch gern unseren Kanal. Damit erhältst du kostenlose hilfreiche Zusammenfassungen von weiteren interessanten Büchern.